Deutschland feiert in diesem Jahr auch ein trauriges Jubiläum, denn vor 100 Jahren fand die Hyperinflation statt. Ein Ereignis, was viele Leute an den Rand der Existenz und auch darüber hinaus brachte, was die Bevölkerung verarmen ließ und die Arbeitslosigkeit durch die Decke katapultierte. Was erwartet euch in diesem Video? Zunächst schauen wir uns kurz die Definition und ein kleines bisschen auch die Ursachen an. Danach werfen wir einen Blick auf die Hyperinflation in Deutschland mit Zeitzeugen, also mit Münzen und Banknoten, auch mit Notgeld aus dieser Zeit. Wir machen einen Exkurs in den Bereich Briefmarken und zum Schluss möchte ich gern noch mein kleines persönliches Fazit mit einbauen. Beginnen wir mit der Definition, was ist eine Hyperinflation? Eine genaue Definition gibt es nicht, aber es gibt dafür eine Faustregel, die stammt von 1956 von Philipp D. Cargan. Diese besagt, dass man ab 50% Inflationsrate, also ca. 13.000% Inflationsrate pro Jahr, man von einer Hyperinflation sprechen kann. In der Realität ist eine Hyperinflation jedoch unkontrollierbar und in der Regel zeitlich begrenzt über einen kürzeren oder längeren Zeitraum. Diese kann man zum Beispiel durch Währungsreformen stoppen, was, wie wir nachher noch sehen werden, nicht immer funktioniert. Im Regelfall erlebt man in einer Hyperinflation eine Flucht in Sachwerte, da das Geld faktisch wertlos wird. Das können Immobilien, Rohstoffe und auch Edelmetalle sein, die in diesen Zeiten Hochkonjunktur erleben, aber auch zum Beispiel Alkohol oder Tabakwaren. Kurz etwas zu den Ursachen. Wie konnte die Hyperinflation in Deutschland entstehen? Einerseits der Gelddruck der Regierung. Die Bargeldmenge im Umlauf wurde deutlich erhöht. Man musste ja die Reparationsleistungen des Ersten Weltkrieges bezahlen. Außerdem der passive Widerstand, während das Rheinland durch die französischen Truppen besetzt wurde, kostete auch eine enorme Menge Geld, da versprochen wurde, die Löhne weiter zu bezahlen und im Gegenzug fehlten natürlich auch Steuereinnahmen. Werfen wir nun einen Blick auf die Hyperinflation in Deutschland. Die Hyperinflationwerte von 1919 bis 1923 ausklingen dann im Jahr 1924 mit einer maximalen monatlichen Inflationsrate von 29.525% im Oktober 1923. Diese Inflation wurde gestoppt durch die Währungsreform vom 15. November 1923, nach der dann eine Billionen Mark einer Rentenmark entsprach. Und ab dem Jahr 1922 dann bis 1924 hinein wurden zahlreiche Banknoten mit immer größeren Nominalen ausgegeben, während Münzen quasi keine Bedeutung mehr hatten. Man prägte zwar noch die 200 und 500 Mark Münzen aus Aluminium und plante sogar noch eine 1000 Mark Münze. Diese waren im alltäglichen Zahlungsverkehr jedoch ohne Bedeutung und dienten hauptsächlich der Beschäftigung der Mitarbeiter der Prägeanstalten. Einige Banknotenausgaben waren bereits nach dem Druck und vor der Ausgabe schon wertlos, sodass sie auch nicht mehr ausgegeben wurden, sondern später überdruckt wurden und dann mit einem neuen Nominal in Verkehr gebracht wurden. Das betrifft hier zwei Banknoten und zwar 1000 und 5000 Mark, die dann später zu einer Milliarde und zu 500 Milliarden Mark wurden. Die Banknote mit dem größten Nennwert in meiner Sammlung ist eine 5 Billionen Mark Banknote vom 7. November 1923. Sie wurde also kurz vor der Währungsreform ausgegeben und die größte noch ausgegebene Banknote war eine 100 Billionen Mark Banknote. Diese stammte dann schon aus dem Februar 1924, also nach der Währungsreform und es war auch eine 1000 Billionen Mark, also eine 1 Billiarde Mark Banknote geplant. Diese wurde dann aber nicht mehr ausgegeben. Die ausgegebenen Banknoten waren trotz der Währungsreform weiterhin als wertstabiles Notgeld parallel zur Rentenmarkt gültig und zwar bis Anfang 1925. Durch den großen Bedarf an Banknoten wurden auch zahlreiche Privatfirmen mit dem Druck beauftragt. So entstand auch eine Vielzahl von Firmenzeichen auf Banknoten. Auch gibt es verschiedene Wasserzeichen und zum Teil auch Farben bei Seriennummern und Firmenzeichen. In dieser Zeit wurden auch wieder Notmünzen und Notbanknoten ausgegeben, sowohl von offizieller als auch von privater Seite, um auch dem Geldmangel, der zu dieser Zeit herrschte, entgegenzutreten. Unter anderem Hamburg und Westfalen gaben offiziell Notmünzen aus, die heute zu den deutschen Nebengebieten zählen. Die größte Münze stammt dabei aus der Provinz Westfalen mit dem Nennwert zu einer Billionen Mark. Diese war zum Ausgabetermin bereits wertlos, sodass man sie erst nach der Hyperinflation zum Verkauf anbot. Es gibt auch zahlreiche Notausgaben von Städten und Gemeinden. Ein paar Beispiele seht ihr hier bereits im Hintergrund, unter anderem aus Chemnitz oder auch aus Weimar. Die Hyperinflation griff in allen Teilen des täglichen Lebens um sich, egal ob beim Einkauf oder auch bei der Post. Und so gingen natürlich auch die Portos für Briefe und Pakete durch die Decke, sodass es auch dort zu Briefmarken mit Nennwerten von Millionen und Milliarden Mark kam. Und aus Mangel an Briefmarken ergaben sich zum Teil interessante Frankierungen, wie zum Beispiel diese Dachziegelfrankatur eines Briefs aus Chemnitz vom 7. September 1923. Insgesamt sind auf diesem Brief 75.000 Mark verklebt. Als Erinnerung an diese schreckliche Zeit der Armut und Verzweiflung in der Bevölkerung, prägte man auch eine Vielzahl von Gedenkmedaillen, um sich auch später noch an diese Zeit zu erinnern, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Eine relativ bekannte Medaillenserie, denke ich, zeigt auf drei verschiedenen Medaillen die Preise bis Ende 1923. Ein etwas ausführlicheres Beispiel, was ich euch hier vorstellen möchte, ist der Preis für einen Liter Milch in Bitterfeld. Als Quelle dazu dient das Buch auf Mark und Pfennig aus der Deutschen Demokratischen Republik. Von 1914 bis 1919 hat sich der Preis erst mal ungefähr ver-3,5-facht. Das ist noch einigermaßen nachvollziehbar. Dann von 1919 bis 1920 fand schon mehr als eine Verdopplung statt. Dann ein Jahr später wieder der Preis verdoppelt. Und so ging das dann immer weiter und nahm dann ab dem März bis September 1922 bereits von 5,6 auf 29 Mark zu. Und dann ab Januar 1923 spätestens gingen die Preise durch die Decke, sodass man dann am 22. November 1923 in Bitterfeld für einen Liter Milch 240 Milliarden Mark zahlen musste. Neben der Hyperinflation in Deutschland gibt es auch eine Vielzahl von Hyperinflationen in der Geschichte aus anderen Ländern. Und ich möchte euch einige vorstellen, auch anhand von Zeitzeugen und ein paar Worte zu den Inflationsraten dieser Zeit erzählen. Beginnen wir mit Österreich mit der Hyperinflation von 1919 bis 1924. Hier hatte man eine maximale monatliche Inflationsrate von 129% im August 1922. Und über vier Monate hatte man eine Inflationsrate von 50% oder mehr pro Monat. Da fand dann am 20. Dezember 1924 die Währungsreform statt und man tauschte dann 10.000 Kronen in einen Schilling. Während dieser Hyperinflation hatte auch Kleingeld noch eine Rolle. So gab es Kleinmünzen zu 100, 200 und 1.000 Kronen, die es dann später in der Schillingzeit mit dem gleichen Motiv auch noch als Groschen gab. Die zweite Hyperinflation ist Polen aus den Jahren 1921 bis 1924 mit einer maximalen monatlichen Inflationsrate von 275% im Oktober 1923 und 9 Monaten mit 50% oder mehr Inflation im Monat. Die Währungsreform kam dann am 14. April 1924 und man tauschte 1,8 Millionen polnische Mark in einen Slotty. Die nächste Hyperinflation fand in Griechenland statt in den Jahren 1943-44. Hier hatte man eine maximale monatliche Inflationsrate von ca. 13.800% und man tauschte dann 50 Milliarden erste Drachmen in eine zweite Drachma. Dann kommen wir zu Ungarn, der Hyperinflation von 1945 bis 1946 mit der höchsten jemals erreichten Inflation mit einer maximalen monatlichen Rate von 41,9 Billiarden Prozent in einem Monat. Das bedeutet, um das Ganze mal greifbar zu machen, eine Verdreifachung des Preises an nur einem einzigen Tag. Hier gab es dann am 1. August 1946 die Währungsreform und man tauschte 400 Quadrilliarden Pengü in einen Forint. Der größte Geldschein, der noch in Umlauf gebracht wurde, ist auch eine Banknote aus Ungarn mit dem Nominalwert von 100 Trillionen Pengü vom 11. Juli 1946. Dann kommen wir zu einem immer noch aktuellen Fall und zwar Zimbabwe mit der Hyperinflation von 2006 bis 2009 und ab 2019 wieder. Genauer gesagt war sie eigentlich auch nie abgeschafft. Hier erreichte man die zweithöchste Inflationsrate mit 79,6 bis 500 Milliarden Prozent Inflation in einem Monat und das Resultat war, dass im April 2009 der Zimbabwe-Dollar abgeschafft wurde und Alternativwährungen wie der US-Dollar, Euro oder der südafrikanische Rand wurden als Währung eingeführt und am 11. Juni 2015 wurde bekannt gegeben, dass die Banknoten offiziell alle entwertet werden und der festgelegte Umtauschkurs belief sich auf 250 Billionen Zimbabwe-Dollar, entsprechend einem US-Dollar. Inzwischen wurde in Zimbabwe die Währung wieder eingeführt, ab dem Jahr 2019, aber man steht wieder vor dem gleichen Problem mit einer Inflationsrate von teilweise über 300 Prozent für ein Jahr. Wie es dort weitergeht ist fraglich. Man hat nach und nach immer wieder neue Banknoten eingeführt. Ursprünglich sollte der 5-Dollar-Schein der höchste sein. Inzwischen ist man schon wieder beim 100-Dollar-Schein. Ein ebenso aktuelles Beispiel ist Venezuela. Ab dem Jahr 2016, hier mit einer Inflationsrate vom Internationalen Währungsfonds ermittelt, für das Jahr 2019 von 200.000 Prozent. Auch hier gab es mehrere Währungsreformen. Man hatte am 20. August 2018 100.000 Boliviar-Vuerte in einen souveränen Boliviar umgetauscht. Interessant hier finde ich persönlich, dass die Banknoten aus dem Jahr 2021 mit den Nominalen zu 10, 20, 50, 200 und 500.000 sowie eine Million Boliviaris quasi als Kleingeld noch gültig sind. Diese haben dann die Werte zu 0,01 bis 1 Boliviaris Digitales. Das ist etwas, was ich auch sehr klug finde, da man natürlich diese Banknoten einmal gedruckt hat. Da kann man sie ja auch weiterverwenden. Und auch hier kann man gespannt sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dort lag ja auch das Geld auf den Straßen herum, ist ja auch groß durch die Medien gegangen seinerzeit. Und ja, auch da lohnt es sich auf jeden Fall ein Auge drauf zu halten. Abschließend noch ein kleines Fazit von mir mit der These, dass eine Hyperinflation heute auch jederzeit wieder möglich ist. Wir hatten in den letzten Jahren natürlich schon eine unangenehme Inflation durch verschiedene Einflüsse. Und auch in den Jahren zuvor schon wurde die Geldmenge extrem erhöht und so der Wertverlust des Geldes vorangetrieben. Wie das Ganze weitergeht, das werden wir alle erleben. Meiner Meinung nach kann ich nicht ausschließen, dass auch wir hier im Euroraum zu Lebzeiten noch eine Hyperinflation erleben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe dieses Video zur Hyperinflation hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.